Willkommen zurück zu Let's Play Plague Inc. mit Felizien immer noch und wenn wir jetzt echt mal ein Hauptspiel machen oder wieder ein offizielles Szenario. Das hier wäre eine Herausforderung vielleicht. Wollen wir auch machen. Wollen wir? Ja. Gut. Okay, was nehmen wir denn da? Da würde ich dann... Ich habe eine gute Frage eigentlich. Der Pilz würde sich anbieten, weil wir da dann Länder infizieren können, die dann... Ich weiß, ziemlich schnell infizieren können. Dann werden wir da wirklich gar nichts mehr erreichen. Aber andererseits können wir mit dem Neurack-Spurm überall hin. Da haben wir dann immer noch Flugzeuge. Ja, aber das ist doch zurückgesetzt. Flugverkehr wegen der Vulkaner Schrecken. Ja, aber du hast ja immer noch diese Spezialfähigkeit. Trojanische Flieger, dass du deine Opfer, also dass die Leute, die infiziert sind, dass die so ein bisschen, ich sag mal, autistisch werden oder so, wie das da bestehen wird. Naja, irgendwie, keine Ahnung. Aber die werden dann mehr zum Reiten motiviert und dann kannst du da immer so ein Flugzeug in dein Land gehen. Ja, okay. Wollen wir dann den Neurack-Spurm nehmen? Ja, wollen wir den Neurack-Spurm nehmen? Ja, wollen wir den Neurack-Spurm nehmen. Und... Okay. Ähm... Was nehmen wir da jetzt? Ja... Da dürfte man uns nicht allzu schwer bemerken, deswegen würde ich sagen, dass die rote DNA ist da angebrochen. Okay, da wieder... Ach so. Äh... Äh... Ja, da könnten wir dann ganz einfach das Nachbar mal nehmen. Einfach sicherheitshalber. Okay. Und da dann... Luftbonus? Ne, Luftbonus können wir da überhaupt nicht. Ja, okay, da... Weil es ja auch nur über Wasser geht. In dem... Könnte auch Grenzüberschreitung nehmen. Okay, ich nehme einfach mal Wasserbonus. Widerstandsfähig. Widerstandsfähig. Wie immer. Ähm... Ja, so. Und statische Symptome, genau das brauchen wir. Gut. Statische Symptome, das ist sehr gut. Okay, öffnen wir mal. Können wir auch uns brutal machen. Ehrlich? Ja, kriegen wir bestimmt hin. Okay. Das wird vielleicht ein bisschen eng, aber wir können uns ja sozusagen... Ich nehme einfach mal wieder Wurmi. Wurmi! So. Wir können uns ja so ein bisschen Sonnenlicht haben. Und ich würde sagen, wir fangen in Saudi-Arabien an. Die mehr. So. 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 Ok. Also solange wir nicht äh zu krasse Anwendung haben, wenn ich weggehe. Bei der Übertragung müssen wir leider halt sparen. Und dann dauern müssen wir mit Atlantis oder Szenen. Tojanischen Fliegern und so. Auch nur ernsthaft. Das ist doch jetzt... Das ist doch voll die Verarsche, oder? Jetzt haben wir nur die Schiffe und die Schiffe. Ja, Felizien, das wird aber oft genug dann auch im nächsten Moment wieder aufgehoben. Nö. Doch, oft wird das... Das ist oft so... Aber durch neue Upgrade sind wir der Bezirung... So... Daher bei der Flüssigkeit war das oberen, das in der Flüssigkeit. Und dann war die Flüssigkeit. Die Flüssigkeit war der Flüssigkeit. Dann war die Flüssigkeit. Und dann die Flüssigkeit. Jetzt war ich mit meinem Floßbergang nach. Das war schwer. Dann habe ich mit dem Flüssigkeit. Wir gehen über die Unternehmung, entweder nach China, oder nach Großstadt, oder in den USA vorbei. Wir werden wieder genug geändert für das nächste, da wird wieder mehr holländische Flieger. Und da machen wir dann da drunter die Flügel an. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist die zweite Art Gemeindegewicht. Was? Was stand da? Was? Was? Ähm, nicht. Gangnam Style für große Sportfreude muss ich hier umgeschrieben. Ja, klar. Soll ich mir den Plan noch probieren? Black-in. 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 Oh, das geklappt doch. Das ist doch wunderbar. Die kommt irgendwie, die ist irgendwie eine Geländerbegreifung gerade. Ne. Wir haben ja auch kaum, äh... Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt geht's langsam. Wir können auch, glaub ich, neue, äh... Kriegs. Kriegs. Ne. Kann man ja nicht schon mal, ne, drei, weil ich da nicht zu machen. Das? Ja. Ja. Was ist das eigentlich? So, wollen wir das sonst vielleicht machen? Ah, ne, das Wetter, das jetzt. Brauchen wir doch nicht, aber das kriegt. Wir helfen. Wir helfen... Wir helfen... ... mit der đây. Vielleicht wirksam, wenn wir zusammen mit dem Koreanischen Flieger... ...oder, ich weiß nicht, ob das Spiel programmische Zusammenschlüsse auch noch erschaffen. Ich bin herzlich, weil man wird echt zu schnell entdeckt, wenn man da um die Übertragung geht. Ähm... Ja. Das ist echt so. Bei mir kam es ziemlich häufig eigentlich vor. Ich hoffe, dass es das ist. Okay, jetzt. Wohin? Russland? Das habe ich eigentlich schon nirgends eingeschaltet. Okay, ähm. Ich werde vielleicht erstmal Brasilien gehen. Und dann würde ich, dann nehme ich Australien. Südafrika, 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 Südafrika und Südafrika. Und dann würde ich eigentlich schon mal nach Grönland schicken. Oh, wir haben wieder ganz viele neue Gene. Ja, ich warte nochmal kurz ab. Auf den nächsten. So, den nach Grönland? Ja. Ja. Und dann werden wir... Und einer muss noch 8G. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Und einer stehen. Und dann an den... ...Amerikator. Ja. Die Fliegerkarner sind für jeden. Der ist gerne. Ja. 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 Ja, das kann ich mir lieber machen. Okay, das kann neue Fähigkeiten machen. Ähm, Arzneimitro ist keins 2 und Kettro ist keins 4. Und Kettro ist keins 5 und dann als nächstes. Ja, als Argo nehme ich. Gut. Ich brauche schon einen Planung. Okay, ähm... Wieso denn? Dann dreht sie bei Olympischen Spielen. Ja, dann verbreitet sich das Ding. Okay. Wir machen auch noch ein paar. Wir machen auch noch ein paar. Kann auch noch ein paar. Kann auch noch ein paar. Und Zentral-Europa ist auch ein paar. Und Kanada... Oh, das war... So, und jetzt... Kanada... ... ... ... ... ... ... ... Ich wollte hier so einsam. Ähm, nach Japan? Ja, ist schon eigentlich aber... ... Ich werde noch nach, ähm, Island. Ich werde noch... ... nach Island vielleicht. Ja, guck, nur da... Ja, das brauchen wir so. So. Wir müssen den alle... ... 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 Vielleicht Neu-Grindria, das ist immer so ein stören Land. Wahrscheinlich nur, ja eben. So, Madagaskar? Ja. Ich mach da noch kurz hier die Karibik. Ja. Ich mach da noch einen nach Russland, check. Okay, und jetzt Kälte in Sense 2, wolltest du noch machen? Ja, kann sein. So, dann noch einen nach Russland? Ja. Ja, ist gut. Also, jetzt können wir uns sozusagen wieder auf der Hand von der Enderkommand. Zentraler Umfeld, ja. So, wohin jetzt des Weges? Ja. Eigentlich kann ich sagen. Eigentlich könnten wir auch in Zentralafrika gebrauchen. Dann könnten wir auch in die Afrika. Ja. Genau. Ja, genau. Ein Neu-D-Land für einen Moment. Ja, das will alle haben. Alle fuhmanden hier. Und so zu knöpfen. Ja. Das war für uns der Ring, gell? Das mögen wir. Ähm. Was haben wir denn jetzt noch nicht? Barrierien? Ja, genau. Und erstmal so. Okay, es geht schon schnell weiter. Das ist nicht so. Hier kannst du mal passen. Also noch, damit es schneller geht. Bei die Fähigkeiten, ich meine, bei den Fähigkeiten, bei diesen Fähigkeiten, die könnten wir mal steuern. Ja. Dann müssen wir nochmal an. Ich glaube nicht. Das ist ja. Dann ist, äh, anscheinend, wir fahren das Ziel dann noch höher. Okay. Er wird zwar auf die Schwäge, aber es macht jetzt nicht mehr so viel aus, wenn wir die einmal alle Transparenzen machen. Das ist ja schon sowieso. Ja. Achso, du meintest, vom Symptom her, oder was? Ja, ja. Achso. Ja, ich meine, das ist wirklich so im Sinne. Ist ja Transparenzen. Ähm. Komm, ich schicke mal paar Flugzeuge in die Ukraine. Nein, sie wurden abgeknallt. Ja, ne. Von wem wohl jetzt? Ja, ne. Jetzt fliegen die ganzen... Ja, jetzt fliegen ganz, ganz viele Flugzeuge in die Ukraine und dann... Megaskandal. Ja. Ich bin ein weiter Parasit, ja, klar. Wir machen ihn. Mann, Mann, nicht. Ähm. Wo haben wir denn noch nichts? Ist das aus Afrika? Wir haben eigentlich schon alles. Wir haben eigentlich schon alles. Wir haben auch gegen den Russen. Boah. Ja, verstörendet, glaube ich, worum. Oh, Mann. Spend damit lesen. Und dann verwandelt es sich in der Stirn. Das wird wunderschön. Dann fliegt das deinem Kopf. Und dein Kopf muss explodieren, weil er sieht sich aus. Ja, Hirndruck. Ja, Hirndruck. Ich hab Hirndruck. Hirne aus dem 3D-Drucker. Ich kann nicht arbeiten. Ich hab Hirndruck. Ich hab neun Erdatmosphären in meinem Kopf. Uiuiui. Ja, klar. So. Neun Erdatmosphären. Neun Erdatmosphären ist schon drückwirk. So, ja. Ey, cool. Die haben auf dem Cursor auch gewonnen. Das wäre cool. Ja, einfach an den Ozean. Ähm. Kasachstan. Deutschland. Nein. Deutschland. Kann man das schon nicht vergeben. Okay. Nein. Okay. Okay. Im Grunde. Ja. Jetzt. Fast schon. Äh. Ja. Nein. 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 Ja. Ja. Heiße. Vielleicht. In equalsент variables. Na ja, ähm. Ja. Äh, da machen wir ja einmal Eier, eine Bier bagel und eine Maration. Das hier? Ja. Das ist B wagesan. Geht's nicht. Ähm, achso doch. Hingabe. Ich dachte, ich sage, machen wir das hier, Manni. Unreife? Ja. Manni. Was ist das hier? Aggressionen. Ja, Aggressionen, das können wir nachher auch gebrauchen. Dann werdet ihr euch blieb gegen die Möglichkeit und gegen mich. Ein bisschen unrealistisch mit gegen mich. Infiziert euch bitte. Ja. Ja. Aber ein bisschen, ähm, naja, ist ja auch nur eine Simulation. Infiziert euch bitte. Ja, es ist eher gesagt hyperrealistisch, wie das Spiel verschrieben wird. So, ähm, ich würde nochmal nach Mexiko gehen. Deswegen wollte ich hier in heißen Ländern das, ähm, steigern, ähm, vielleicht schneller, ähm, schneller angesteckt werden. So. So. So, ich würde hier mal einen, ob ich noch mal schicke. Nein, ich schicke gleich noch mal. Ja, jetzt schicke gleich noch mal. Ja, siehst du, es geht auch schneller. Ja. Äh, warte, was? Ja, ja. Äh, noch mal nicht so. Das ist kein Unterschied. Ähm, da. Siehst du, hat was gebracht. Nexiko ist schon ganz infiziert. Sehen. Was haben wir hier? Ähm, boah, da müssen wir auf jeden Fall gehen. Der ist ja kaum was los. Okay, und jetzt werde ich nochmal... Ach, Südostasien, so schnell. Ähm, Pakistan. Bomi kontrolliert sie hier. Die sind bei der Himmel gefordert. Herrscht die ISIS nicht mehr so? Ja. Genenbildung, oder? Ja. Zum toten Land. Ja, zum toten Land. Ja, zum toten, äh, da haben wir auch, was geht genau. Und das haben wir hier, äh, was wir gekämpft haben. Hingabe. Hingabe. Und das könnten wir eigentlich schon Transzendent machen. Das heißt, die meisten Länder... Äh, bretten wir auf. Und dann haben eigentlich kaum noch Länder eine Chance. Weil die meisten uns... ... lieben. Das heißt, wir auch nicht. Ich hätte nie ein Massel da, was ich... Okay. Okay. Philippinen... Okay. Da ist Google schon ziemlich asozial. Okay, es geht weiter. Google Hupf. Was hast du gesagt? Ich hab nur Hupf gesagt. Google Hupf gesagt. Google Hupf oder was? Google Hopfen. Google Hopfen hast du gesagt. Nein, ich hab Google Hopfen gesagt. Was ist denn Hupf? Oh, das ist tot. Oh, das ist tot. Ich hab' den Kuchen. Oh, das ist tot. Oh, jetzt geh nicht drauf. Hupf! Ich kenn ihn nicht. Ich will jetzt ein Marmorkuchen. Ich hab' Popcorn noch unten. Oh. Magst du salziges? Das müssen wir jetzt im letzten Play. Machst du salziges Popcorn? Ja, wir müssen jetzt vollen Mund haben. Lecker. Also meint ihr, wir haben nur einen Popcorn, aber meint ihr, das ist ja auch so. Ähm, stecken wir 5, mindestens 5 von Popcorns in den Mund, lecker. Ja, also der Mund muss voll sein. So einfach nach Polen. Nach Polen. Damit ja... Ne. Da tragen sie ja die Polkappen. Ähm, was? Ja. Ja, genau, das ist ein Polkappen, das ist ein Polkappen, das verstehe ich nicht. Was hältst du eigentlich davon, dass die Polkappen schmelzen? Was interessiert mich, das, was die Polen für Kappen tragen? Ich trage ein Tardy. Wollen wir mich jetzt nach Island geschickt? Das war total unnötig. Ja, das ist jetzt nur ein Polkappen, so. Guck mal, sobald wir Polen haben, können hier unsere Helmöcher mehr verbrochen, weil die auf den Kopf in der Erde. Ja, die können wir nicht. Wenn wir die hier zur Resistenz noch hoch machen, dann werden wir halt weiter. Dann können wir die entdecken ab. Ja. Da können sie ihre eigene Hitze gut ab. Ähm, wo soll ich jetzt noch hin? Ach, da vielleicht? Ne, warte, das ist ja... In die Welt, ne? Ich schicke einfach mal in die Welt. In die Zeitung. Schick mal, schick mal ein. Ich will mal, auf den Entpunkten kann man das in bereits infizierte Länder schicken. Zum Beispiel in Russland. Ja. 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 Cool. Ja, genau. Ja, genau. Wir haben das Spiel schon getan. Aber, halt nur, weil wir es können, machen wir jetzt noch, äh, geh schnell zu den Symptomen, sobald wir das gemacht haben. Okay. Ich will nur alle Symptome machen, diese Klicker, aber die Encephalitis ist das hoch. Encephalitis, wo ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, ähm, das ist vielleicht noch wahr? Äh, eine Zwangsstörung. Der Wahnsinn. Dann, ein weiter Aneurismen. Ach, das. Ja. Ach, ja, das ist ja nicht so. Nö, aber, hä. Sprachverlust, ist auch sehr gut. Sprachverlust, ähm, was ist das denn? Gedächtnisverlust und dann plötzlich Aneurismen war. Ähm. Ach so, okay. Ach ja, im Hirn, späts hier. Cool. Das war schon von der Attaxie, das ist auch gut. Ne, zwar die Ansteckungskriff, aber die brauchen wir sowieso nicht mehr. Aber, äußerst schlecht, dass heißt, ... ... ... ... ... ... ... Wann? Oh, äh, ... ... ... ... Da gibt's doch so einen Film, ähm, wo sich alle Leute plötzlich umbringen. ... ... ... ... ... ... Dienovos sind auch so ich死 zu machen. Wummt der auch hier? Wummt der auch hier? Wummt der auch hier? Ja mach das Hinterhaupt Ich mein, wir haben das ja schon geschafft Aber lass den auch Gewicht, warte gleich Achso Stößt mit andern oder welchen Können wir da noch fahren? Wir fahren Wir haben einen schweren Schirm Kontakt Ach, mit dem Drehen Wumm 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 So, mach ich das aber Ja, pfff, ist mal voll würd ich Sieg Sieg Wumm Sieg Wumm Wumm Ich weiß, da kann man sich noch mal den, den, ähm Schnell, schnell Wumm Schnell 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 Spiel 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 schmied schmied ganz viel schmied 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 warum lachst du dich jetzt wieder tot das ist doch nur ein dämlicher ich frage mich die Einstiegsendgefahr erhöht sich bei kognitiven Störungen und all dem wahrvorstellbar erhöht sich denn bis die Einstiegsendgefahr man kann sich durch die Einstiegsendgefahr wenn man ein Eier auch hat Eier wahrscheinlich überträgt er sich so oder so oder so oder so ja aber was macht er dann später dann Eier zu zeig aus dem Porin raus oder was ja das ist ja eine Frage dann wie sie sagen weil normalerweise arbeitet man ja auch normal mit den Ansteckungsgefahren und so ähm haben wir jetzt nicht gemacht weil wir ja schon eine längere Zeit nicht waren aber dafür haben wir jetzt auch noch gut bleiben ja 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 also das war's schon ja wir haben wir haben mein Gott wir haben das haben wir so was haben wir denn ah ja Volcanic Ash ja das haben wir auch Portal Ash von Pokémon Volcanic Ash Brutalo Maximo ja dann würde ich sagen wie mein Niveau ja das sieht man aber nicht einfach man merkt dass das Niveau schon ich will nicht wiedersehen da muss ich muss ich gleich mal oder was damit das damit das Niveau nicht sinkt lese ich euch mal was aus einem Physiklehrbuch vor das muss ich jetzt mal machen und das Let's Play ja dann mach das mal um ein bisschen Zeit zu schinden wo sind wir denn? ach ja bei gleichförmigen Kreisbewegungen was ja da sich ständig die Richtung der Geschwindigkeit ändert ist ja jede Kreisbewegung eine beschleunigte Bewegung ne und zur Beschreibung von Kreisbewegungen nutzt man die Umlaufzeit T Drehzeit N und die Fre- und die Frequenz F weißt du? ja Entschuldigung ich verstehe alle kannst du mal Integralrechnungen wahrscheinlich macht der Wurm auch die ganze Zeit Mathematik ja genau wahrscheinlich zwingt er wahrscheinlich zwingt er seine Werte Matheaufgaben für Liebe ist doch gut weg meine gleichmütige Kreisbewegung liegt vor wenn sich ein Körper ständig mit dem gleichen Betrag der Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegt da sich ständig die Richtung der Geschwindigkeit ändert was ich schon gerade gesagt habe ist jede Kreisbewegung eine beschleunigte Bewegung zur Beschreibung von Kreisbewegungen dass man die Umlaufzeit T die Rätzeit N und die Frequenz F vergessen habe ich aber Marcel Davies ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht zwischen diesen Größen bestehen folgende Beziehungen T gleich 1 durch N F gleich N gleich 1 durch N 1 durch 1 daraus folgt 1 durch 1 1 und 1 bis zum nächsten Mal tschüss da hab ich schon wieder alles versaut was haben wir denn eigentlich hier was ist das denn überhaupt achso das ist das Original Spiel Ranglisten boah ey Leon der hat voll die gute Wertung ey Rang voll der gute Rang 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 ja komm warum kann ich nicht ist kein Hörnrang ernsthaft du bist ja böse ähm achso äh was er geht achso es gibt kein Hörn Manno ja Pfff Freunde gibt es keine ja nur Leon nur mich selbst so da geh ich nicht rauf da geh ich auch nicht rauf weil ich jetzt nicht habe ihr seid übrigens mit euch selbst befreundet also ich will mit mir und befreundet haben ich mit mir ein guter Freund von mir ja hier ich stell dir jetzt mal einen guten Freund von mir vor ich selbst wir werden jetzt die Folge weg wir werden jetzt die Folge weg wir gucken uns einfach mal den schönen den diesen schönen Bildschirm an diese schöne rote dynamische Wallpaper wow mit der Musik besessen Neuerhatsum geht nicht so nah wie lange reden wir jetzt eigentlich schon komm wir machen jetzt einfach mal ein Let's Talk ähm genau wie fühlt man sich so wie so ein Noob ein Let's Talk unter dem Decknamen von einem Let's Play genau ja und sonst ich hab eine Idee wir machen in der nächsten Folge einfach ein dämliches beschissenes Let's Talk wir reden über dämliche Fakten über das Wetter ja wir reden über das Wetter bis zum nächsten Mal vielleicht wird's dann ein Let's Talk freut euch drauf bis dann komm. 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 I'm 2104, 27-year-old female, infected with unknown pathogen. Blood analysis indicates virus. Provisional name is Ax-12. Deceased had traveled in China before returning home two weeks ago. That must have been pre-quarantined. Unknown if had contact with livestock. But I can definitely see evidence of insect bites. Deceased had reported coughing and sneezing with a high fever. I'm seeing a nasty rash. Some abscesses around the abdominal cavity. Clear signs of immune suppression. Cause of death appears to be catastrophic organ failure. Findings match. Reports coming out of China. This is highly concerning. The deceased may still be infectious. I'm halting the autopsy in order to notify the authorities. Request the full lockdown of this facility. Effective immediately.